Hey Schnitzli, und damit herzlich willkommen zur vielleicht letzten Folge von Bear With Me. Ja, ich bin... Wir finden immer weiter raus, was hier passiert ist. Irgendwas ist anscheinend mit Flint passiert, während wir im Krankenhaus waren. Und hier ist ein anderes Ich. Können wir mit dir reden? Oh, hier geht's noch weiter. Warum bist du das? Ist das du, Red? Okay, so wie das. Es gibt nur alle verschiedene Du, nicht wahr? Du meinst, alle verschiedene Du? Ich bin nicht das. Ich bin nichts wie du überhaupt. Was willst du? Was muss ich machen? Ich habe etwas für dich. Ist das... Was ist das? Hier ist das Problem. Gib mir etwas in der Rückkehr, und du kannst es herausfinden. Quid, Ruhe. Whoa, Larisse. Who's under that? Uh-uh. That's not how this works. What do you want? Pick three. Any three. Give them to me. If I do that, will you bring him back? What'll happen to the ones I give you? Talk is cheap, babe. Get to do. What do you want me to do? Pick three. Any three. Give them to me. Schlüssel. Müssen wir jetzt drei von unseren Kuscheltieren opfern? Oh Gott. Okay, das ist CBG, Millie, die Graffe, die Mugshots, Rusty, Betty und Brian. Das waren alles gute Charaktere. Können hier nicht irgendwie Arschlöcher dabei sein oder so? Was soll das denn? Oh, das wird bestimmt... Ist das Flint? Vielleicht ein anderes ist. Können wir noch mal mit ihr reden? Okay, der Handelsmechanismus. So, I guess it's a trade machine of sorts. Hm, okay. Dann gucken wir den Schlüssel an. Okay. Dann müssen wir die wohl mitnehmen. Okay. Oh, ich hab Angst. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte keine... Ich möchte keine drei auswählen müssen. Okay, was haben wir? Betty. CBG. Okay, CBG können wir nicht opfern. Das geht nicht. Der war so nett zu uns. Der ist extra noch mal gekommen. Das geht einfach nicht. Also CBG fällt weg. Brian fällt auch weg. Der hat uns so geholfen. Das geht auch nicht. Okay. Ich nehme Rusty. Rusty schläft noch bei uns zu Hause. In der echteren Welt, oder? Rusty schläft. Ich nehme Rusty. Es tut mir leid. Okay, können wir den jetzt mitnehmen? Ja, können wir. Das stimmt. Aber... Sagt sie zu den anderen auch noch was? Das stimmt, das ist sie wirklich. Es tut mir leid, dass sie nicht mit Ted zusammengekommen ist. Ich hätte es den beiden echt gegönnt. Ich glaube, die mochten sich wirklich. Wir können sie nicht mitnehmen, ohne sie aufzuschließen, ne? Ja, genau. Okay. Dann geben wir mal einen. Rusty, es tut mir leid. Verzeih mir. Ach, wir müssen es da drauflegen wahrscheinlich, ne? Aber es sind nur Spielzeuge. Rusty, Rusty, brave, selfless, working class robot. Have you got no heart? Aber er hat... Seine Haare, so ein... Es tut mir so leid, aber... Okay, die mag Schurz auch. Es tut mir leid, aber... Ich meine, die waren eh schon Spielzeuge, als wir sie in der echten Welt gesehen haben. Wisst ihr, was ich meine? Außerdem... Ach, Mann. Ich kann eh keine Worte finden. Ja, ich auch nicht, aber... Wir müssen fürchtig, sonst geht es nicht weiter. Und ich glaube, ich kann kein Argument verbringen. Es gibt keine Argumente, die das rechtfertigen. Wisst ihr, was ich meine? Egal, ob sie jetzt Kriminelle sind oder alte Omis. Ich mache einfach. Ich erkläre nicht mehr. Das macht es eh nicht besser. Ich habe einen Erfolg gekriegt. Zwei für eins. Na toll. Okay. Und das Letzte. Ich kann... Okay, ich wähle einfach. Ich erklär mich nicht. Ich erklär mich nicht. Erklärungen machen es noch schlimmer. Ich... Okay, Betty. Es tut mir leid. Ich wähle Betty. Sie war die Puppe von meiner Mutter? Das hast du mir vorher nicht gesagt. Okay, wir können es nicht angucken. Wir können nur das hier angucken. Okay, mal schauen. Es ist nichts! Was soll das? Was sollen wir jetzt machen? Können wir die anderen bitte noch mitnehmen? Ich habe das Gefühl, ich brauche... Ich brauche mentale Unterstützung. Das geht doch nicht. Was geht denn mit diesem Spiel jetzt am Ende einfach noch? Hier ist keiner mehr. Wir können... Wir können nur wieder zurückgehen, oder? Ja, der Fahrstuhl ist wieder da. Okay, dann fahren wir. Es gibt nichts anderes mehr zu tun hier. Okay, dann fahren wir. Was ist denn los? Oh, nein, was ist denn los? Oh, nein, was ist denn los? Was ist denn los? Ich habe etwas Afflates, bitte? Answer me! Was ist denn los? Ich habe keine Anima, ich versuche! Will ich dich in die Hohpital? Ich werde mich auf den Hohpital. Ich werde mich auf den Hohpital. Komm, ich werde dich. Easy, jetzt. Was ist das? Entriebe. Hallo? Hallo? Ja, ich bin der Kettbewerb. Ich bin der Wiener Wetter. Ich bin der Wetter. Meine Frau, sie ist schockiert. Ma, was soll ich mit? Okay, das war anscheinend bevor, als sie die gegessen hat und ins Krankenhaus gekommen ist. Die 5. Sind wir ganz oben? Ist das jetzt das Ende? Oh, schon wieder wir. Das hätte mich nicht wundern sollen. Oh, gut. Eine andere. Einige. 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 Du bist nicht hier für den Job? Woher kamst du? Wie, außerhalb? Oh, du bist, Frau Outside. Ich bin nicht verraten, deine Attitüte. Ich bin zuerst. Ich bin zuerst. Pfff. Gut, mit dem. Es gibt keine zuerst. Was ich zu tun? Du bist nicht die der gewendene Weltraveller, Frau Outside? Was ich weiß? Ich bin nur eine Service-Provide. Okay, ich verstehe. Ich helfe mir. Ich brauche... Ich brauche... Ugh. ...kustomer Service. Du hast es versucht, es wieder aufzunehmen? Aufzunehmen? Du aufzunehmen. Du schaffst mich? Ich werde dich aufzunehmen. Alle Daten werden in der Geschichte gesucht und in eine öffentliche Begründung gesucht. Die Review kann aufzunehmen bis 10 Stunden arbeiten. Bitte bequen und nicht zu danken für Hilfe. Ich bin nur glücklich, wenn du glücklich bist. Was? Was muss ich tun? Du musst etwas finden. Was? Es war dieser alte Mann. Er war allein in unserem Gebäude auf der Whitewater. Er erinnert sich zurück in der Stadt. Er erinnert sich? Er erinnert sich? Ich kann nicht erinnern, sein Name. Hieß er nicht Mr. White? Hieß er nicht Mr. Peters? Hieß er nicht Mr. Stevens? Oder ich weiß es nicht? Ich weiß es nicht, oder? Shit, ich hätte auf die Briefkästen am Anfang achten sollen. Aber ich denke eher Peters. Vielleicht Mr. White? Wir können anscheinend raten. Also rate ich einfach mal. Mr. Stevens? Okay, dann weiß ich es nicht. Okay. Demotivierendes Poster. Ähm. Was steht da drauf? Oh. Oh. Oh Gott. Okay. Alles klar. Mein anderes Ich. Ich weiß es nicht. Wir können in die Zimmer gehen. Wir können nicht hinten den Gang entlang. Hm. Okay, dann gehen wir mal in dieses erste Zimmer, würde ich sagen. Oh. Okay. Ähm. Cool. Hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Hier sind überall Türen. Okay. Das ist alles nur, dass es nicht geht. Ja, okay. Alles klar. Dann äh. Hi. Noch ein anderes Ich. Fragen wir mal. Wie kann ich dir helfen? Was meinst du? Es ist mir. Ich weiß nicht deine falsche Antwort. Ich versuche, zu weg. Antwort? Ihre falsche Frage? Über unsere Nachfolger? Whatever sein Name war. Entschuldigung, Frau. Aber du musst mich verletzt mit jemand anderen. Ist es etwas, dass ich dir helfen kann? Ist es mir schuldig? Um. Ich meine... Joking und schuldig war nicht Teil meiner Orientierung. Okay. Alles klar. Ich will einfach raus. Was ist das, was du willst? Ich? Frau. Ich will nichts. Ich bin nur hier, um dich zu helfen. Hallo, Frau. Wie kann ich dir helfen? Hey. Du weißt, was mit unserem Nachfolger in der Stadt passiert? Ich bin nicht sicher, welchen Nachfolger du meinst, ma'am. Der schuldige alte Mann. Ich bin Angst, dass ich noch mehr Informationen brauche, um dich zu helfen. Welches Apartment war er in? Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin sorry, Frau. Aber ich kann dir nicht helfen, wenn du mir keine Informationen geben kannst. Ja. Ich weiß. Wenn ich etwas herausfinden, dann komme ich zurück. Ich bin hier. Okay. Die will die Hausnummer wissen. Ähm. Alles klar. Dann gucken wir mal weiter. In ein anderes Zimmer. Das nächste am besten einfach. Was will sie wissen? Wie kann ich sein, Frau? Hey. Du weißt, was mit unserem Nachfolger von Whitewater Street passiert passiert? Du weißt, in der Stadt? Welcher? Der alten Mann. Ich fühle mich immer so sorry für ihn. Er war so schuldig. Der alten Mann von 15D? Oh, ja. Das ist richtig. 15D. Was war der Name? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich ihn so sorry für ihn. Ich dachte, er hat sich allein leben. Ich glaube, er hatte eine Frau, Frau. Sie würde immer die Kekse für die Kinder buchen. Erinnerst du, wie sie jedes Mal sie sie machen würde, der gesamte Boden so gut riechen würde? Was war der Riech? Okay. Sie will wissen... Okay. Sie will den Geruch der Kekse wissen. Kekse. Und 15D. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Dann gehen wir mal direkt zurück und sagen das der anderen. 15D. Ja. 15D. 15D. Ja. 15D. 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 Okay, damit haben wir das hier abgehakt und die Katze hieß Dina. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Dann gehen wir mal in das nächste Zimmer. Was hat das ich zu sagen? Okay, ähm... Er hatte eine Frau, das wussten wir auch schon. Sie hat Kekse gebacken, aber wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Okay, was ist mit der Frau passiert? Ähm, die nächste Tür. Okay. Okay, also wir müssen rausfinden, was sein Problem war, quasi. Problem, alles klar. Ähm, oh, ich sag mal, mit ihm war alles gut. Okay. Alles klar. Ähm, das nächste. Was war sein Problem? So, was will die? Okay, er war so ein Trinker und sie will wissen, wie... Die Bar hieß. Alles klar, ist notiert. Keine Ahnung. Okay, dann guck ich mal, ob wir da oben sagen können, dass er mal in der Bar abgehangen hat. Vielleicht will das... Vielleicht will sie das wissen. Vielleicht ist das ein Problem. Ähm... Okay, das steht da alles nicht. Wenn ich dann war mit ihm alles in Ordnung. Okay. Das mit der Spelunke ist anscheinend nicht das, was sein Problem war. Dann gehen wir mal in das letzte Zimmer und ich hoffe, dann puzzelt sich alles zusammen. Was hat sie denn zu sagen? Genau, er hatte die Katze namens Dina. Das wissen wir. Okay, wir wissen jetzt, er hieß Mr. Morgan. Aber keiner hat... Hm. Reicht ihr das als Info? Kann sie uns vielleicht noch weiterhelfen, wenn wir den Namen sagen? Er hieß Mr. Morgan. Genau, das wissen wir. Mr. Morgan? It was, wasn't it? I remember now. He was that heavy smoker. That guy. Remember? I don't think I ever saw him without a cigarette. That's right. And he was really lonely. He wasn't lonely. He had a wife. I can vaguely remember her. But she would bake these cinnamon cookies for the kids. Remember? I guess. I remember that cinnamon smell, now that you mention it. Mr. Morgan. That's right. Now you just have to find out, what happened to him. Alright. I'll take a stab in the dark here. Okay. Ähm. Ja, ich weiß es nicht. I don't know. Well, go and find out. Okay, die Zimtkekse. Die Frau wollte hier wissen, was die Kekse... Oder die Frau, die Amber wollte wissen, wonach die Kekse gerochen haben. Hello again. Did you find out, what happened to our neighbor? No, not yet. I remembered his name though. It was Mr. Morgan. Oh, that's right. That was his name. Did you find out, if he had a wife? Oh yeah, he did apparently. And yes, she used to make these cookies for the kids in our building. What kind of cookies? I still remember the smell. What was it? Zimt. Es war Zimt. Cinnamon. She used to make cinnamon cookies. Oh yeah, I remember now. Those were so great. Yeah. Oh no. What is it? I remember now. I think his wife passed away. She was sick and bedridden for some time. And one day she just died. That's right. Poor guy. He was heartbroken. I remember now. Yeah. Such a tragedy. Well, this took a dark turn. Anyways, thank you. You were very helpful. No problem, miss. If there's anything else, please let me know. Okay, alles klar. Wir wissen jetzt, sie ist gestorben. Die hier hat nämlich gefragt, was mit der Frau passiert ist. Das können wir ihr jetzt sagen. Ja, aber sie ist gestorben. Ja, aber sie ist gestorben. Oh no, what happened? She was sick. Poor guy. I bet he was devastated. I guess that's why he, what, would spend his days in that bar down the street. I guess he didn't feel so alone there. Yeah, I guess he needed to be around people. What was the name of that place? It's on the tip of my top. I think it was Long Gone Day, miss. Oh yeah. Anyways, thank you. See you later. Bye, miss. Don't hesitate to ask for assistance. We're only happy if you're happy. Genau. Okay, wir wissen jetzt, wie die Bar hieß. Das wollte die hier wissen, wie die Bar hieß. Ähm. Bitte schön. Long Day Gone. Long Gone Day. Long Gone Day. Genau, ich hab's mir aufgeschrieben. Long Gone Day. Oh yeah, you're right. Funny name though. So, yeah, what does that have to do with anything? Well, you see, after his wife died, he would spend his days there. I remember him as being a heavy smoker. After his wife died, he picked up another habit. Oh no, poor guy. Yeah, he would always come home late at night and he could barely walk. I feel so sorry for him. What happened to him? I can't remember. But I have a feeling, if you're hoping for a happy end, you'll be disappointed. I have to find out. I need to know, what happened to him. Sure. I'll be here if you need my help. Okay, alles klar. Wir wissen jetzt, er hat geraucht und getrunken. Wahrscheinlich gab's nur einen Unfall oder so. Letztes Ich. Du bist die Einzige, die uns noch was sagen kann. Was ist mit dem Mann passiert? Ja, okay, das... Okay, das hatten wir alles schon. Genau. Er hat eine Menge geraucht und er hatte ein Alkoholproblem. Ich weiß gar nicht, welches sie wissen will. Aber wir sagen mal das Alkoholproblem erstmal, weil das haben wir ja gerade rausgefunden. Er hat einen Alkoholproblem. Apparently, he fell asleep with a cigarette and his apartment. Oh, no. His apartment caught on fire. The fire department couldn't do nothing about it. They were too late. That's terrible. Such a tragedy. How come I don't remember any of that? I really don't know. But please, miss, talk to our supervisor. She might be able to help you remember. Fine, I'll talk to her. She's not exactly the nicest. She can be difficult, but you have to understand she's been here the longest. Okay, I'll go and talk to her. Thank you, by the way. You were very helpful. Glad I could help, miss. Such a sad story. It really is. Ich habe richtig Angst. Wahrscheinlich, also unsere Eltern, also auf dieser Fahrt, in den Aufnahmen, die wir gehört haben, haben sie ja gesagt, oh mein Gott, ist das unser Haus. Und ich glaube jetzt, das Haus hat gebrannt. Und ich glaube, vielleicht ist Flint in diesem Feuer was passiert, was der alte Mann quasi aus Versehen gelegt hat. Alles klar. Ja, dann reden wir mal mit der Vorgesetzten. Wir wissen ja jetzt, was passiert ist mit dem alten Mann. Und vielleicht ist deswegen auch was mit Flint passiert. Davor habe ich Angst. Miss Outside, did you find out what happened? I did. So, what happened? He... he died. He fell asleep with a cigarette and his apartment burned down. Sadly, that's right. Why did you make me do this? It's for your own good. It doesn't feel good. Not all good things feel that way. I can't. Listen, isn't it a bit strange you forgot all about that? It's very strange. You think I forgot on purpose? No one can forget on purpose. You forgot because it was easier. It just happened. So, what now? Do I need to find something else for you or... Oh nein. What's going on? Did you... Hey, where'd you go? What just happened? Sie ist weg. Aber der Fahrstuhl ist da. Na dann, ab in den Fahrstuhl. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie sind weg. Ich weiß. Sie ist weg. Aber ja. Vielleicht ist es eine gute Idee. Nicht zu bringen. Bananas? Bananas? Bananas in der Zukunft in der Zukunft? Ja. Sie sind weg. Sie sind weg. Sie können weg. Sie können weg. Das ist nicht funny, Tom. Ich weiß. Ich weiß. Mr. und Mrs. Ashford. Sie hat eine severe allergic reaction. Sie hat eine severe allergic reaction. Sie wird gut. Sie werden gut. Sie haben zwei chance. Sie sind weg. Sie haben gut. Danke, Herr. Sie ist weg. Sie soll sich sagen. Es war eine der Eracht Hände. Sie hat eine Krise. Sie hat eine Kraft. Danke, Herr. Danke sehr. Ich bin... Schmerz mich. Sie sind weg. Es isturiante, mit diesem Kinderbund. Sie haben die Hauswohnheit. Sie ist nicht abhängig. Sie sind in diesem Pass. Sie können weg. Sie sehen, Herr. Sie hat die Pfeiffer. Aber was ist dann passiert, als wir nach Hause kamen? Die drei. Das alte Apartment. Hier ist die Küche. Okay, der Kaffeetisch. Das Sofa. Und wir können in Flints Zimmer gehen. Da bin ich mal gespannt, was uns dort erwartet. Was ist das? Was ist das? Mom, was ist das? Wo ist Flint? Wo ist er? Was ist das? 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 Meine Baby! Amber! Wo bist du? Hey! Get that kid out of here! Is lost safe. Sir! You will not ever safely beahe? Are you the wizard for the right body? Yes, of course. Amber, we have to go. No! Please! Dad, we have to find him! We can't leave, we have to find him! Der rote Mann Da reißt sie das Stück Stoff ab Das war die Feuerwehr Da ist er Der rote Mann Wir können nichts angucken Oh, wir können Wir sind der rote Mann Amber Warte, was? Warte, was? Moment, nein, ich kann doch nicht Amber Der rote Mann Das Stoffstück oder das Schwert Oh Gott, was ist das für eine Entscheidung? Ich kann nicht Ich 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 nehme das Ich Ich nehme das Schwert Oh Gott Oh Gott Ich Amber Wir können nichts anderes machen Glaube ich Der rote Okay, vielleicht doch lieber das Stück Stoff? Nein, wir bleiben mal mit dem Schwert Ich erinnere mich Ich erinnere mich Ich erinnere mich jetzt, zumindest dass es nicht meine Schuld Ich erinnere mich Ich erinnere mich Ich erinnere mich, dass Es war mir so viele Mal Es war mir nicht so viele Mal Es war mir die Schuld Es war mir meine Schuld Aber ich würde es nicht Aber ich würde es akzeptieren Und ich weiß jetzt, das war falsch Du kannst nicht die Schmerzen wegwerfen, also gibt es keinen Punkt in den versuchen. Der einzige Weg zu über etwas ist, einfach zu face es direkt auf. Ich glaube, in seiner eigenen Weise, das war was Redd zu tun. Er war die Fabrikation, die ich um mich zu tun hatte, in hopes für mich zu erreichen. Aber es war nur als ich Ted, auch, dass ich die Kraft, um ihn zu stehen. Und ich sehe jetzt, dass es das, was er allgemein wollte. Ich weiß, dass ich nie wiedersehen will, und es macht mich schuld. Aber wie Ted schon sagte, Leben wird manchmal schuldig. All ich muss machen, ist es mich durch, und Glück wird mich wiederholfen. Ich muss jetzt ein bisschen schlafen. Ich werde morgen wiser sein. Nach dem Fall, es wird ein ganz neues Tag sein. Oh, alles klar. Okay, das... Das sind wieder die... Ach nee, es sind nur Zeitungen. Aber wahrscheinlich auch die Puppen, ne? Das ist die Realität. Ach, hey, oh Gott. Es ist also dann tatsächlich Flint in dem Feuer gestorben. Ich frage mich, ob das Ende anders gewesen wäre, wenn wir den Stoffwetzen genommen hätten. Wäre dann was anderes passiert? Aber das Ende war ja jetzt eigentlich gut. Ich hatte... Ich hatte eigentlich gedacht, das Schwert wäre vielleicht das schlechtere Ende. Weil... Ähm... Ja, weil ich das Gefühl hatte, Gewalt... So ist nicht die Lösung. Ja, weiß ich nicht. Also ich werde auf jeden Fall nachgucken, ob es mit dem Stoffwetzen noch ein anderes Ende gibt. Und wenn es ein anderes Ende gibt, dann mache ich nochmal ein ganz kleines Mini-Video, wo ich euch das zeige. Ähm... Ja, das Spiel fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es hat mir sehr gefallen. Oh, jetzt am Ende ist so viel passiert noch. Ich weiß gar nicht... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und... Ja, dass das am Ende quasi... War der rote Mann, ja. Also diesen Stoffwetzen hatte ich ja dann von dem Feuerwehrmann. Aber es war tatsächlich... Quasi die Zerstörung der Fantasie. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war... Ach, schon wieder so tragisch. Die letzten beiden Folgen, ey, das... Ja, also... Ich... Aber ich fand das Spiel wirklich, wirklich toll. Ich würde auf jeden Fall von den Entwicklern nochmal was spielen. Also es war echt super. Ich fand die Rätsel gut. Jetzt das mit dem am Ende... Dieses eine mit dem Wald hab ich halt gar nicht gecheckt letztes Mal. Aber... Ähm... Ich... Ansonsten... Oh, da sind die beiden wieder. Passiert jetzt noch was? Ne, okay. Ja, ich glaube auch, Ted könnte wiederkommen, ne? Ah, okay. Ah, okay. Alles klar. Dann... Ja, war's das mit Bear with me? Ich hoffe, ihr schaltet zu einem anderen Mitleidprojekt wieder ein. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Und ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dem Ende hieltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann! wie in der dritte 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 thritte Bis zum nächsten Mal.